So, wo bercht es aus, in der Kinnall, und dann teilen wir hin aus. Ja! Man, ich glaube, es ist so ein Stück vom W-In-Leich, aber dann hast du nichts zu erfunden. Hier gibt es dann so viele Bercht nur, oder? Ja, da gibt es drei Autos. Ja, da gibt es drei Autos. Ja, da gibt es drei Autos. Ja, da gibt es zwei Autos. Oh, come on! Was ist denn das? Schnecke! Schnecke! Oh nein, diese Küsse, ey! Das hat Tod dabei, gell? Scheiße! YouTube! Du! Ich bin 15 noch beim Presser, hä? Schnecke! Jetzt hast du was enthänge. Ja, komm gut, geht's. Ja, ja. So. Oh, hopp! Huah! Ich muss hinein! Huah! 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 Was ist denn das? Huah! 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 Weil es so gewippt ist. Huah! Huah! Das ist so ein Scheiß! Huah! Na, die steht ja irgendeinem auch noch mit auf. Oha ich weiß. Huah! Ich mussade Ochstkommen! Mhm. Ja, das läuft Ah Science! Das ist ein kleineres, gell. Das sind die Jüdische Befüllen mehr, gell? Ja. Weißt du? Die Befüllen sind zwar gelesen oder so. Ja. Aber dafür ist nichts mehr, gell? Ja.